Hi, ich bin's on the run. In Anlehnung an das Video vom letzten Mal möchte ich euch erzählen, was ich erlebt habe. In den letzten vier, fünf Wochen habe ich eine Frau begleiten dürfen, die in Schwierigkeiten ist, war. Sie geht im Moment noch auf Krücken und hat Schwierigkeiten mit der Wohnung gehabt, ist von ihrer Tochter getrennt und ich habe einfach geholfen, ihre Termine wahrzunehmen, sie zu begleiten und es war nicht viel Aufwand für mich, aber für sie war es einfach eine riesige Hilfe und sie war sehr dankbar und ich möchte dich ermutigen, wenn Gott eine Person so ein bisschen vor deine Nase gestellt hat, sei du Licht und Salz, denn vielleicht bist du der einzige Jesus, den diese Person jemals kennenlernen wird und dich, der du von Jesus gehört hast schon, von Hörensagen. Es steht in Joel 3,5, jeder der den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Also es gibt Grund zur Hoffnung. Jetzt bleibe ich, wenn inhabited und man ja ist.